Untertitelung des ZDF, 2020 Seien Sie Punkt halb 5 in dem Parkhaus in der Vattaschastraße. Dort steht auf Ebene 2 ein ganz besonderer Wagen bereit. Stehen Sie. Annimmt. Im Verlaufe der Nacht erhalten Sie einige Aufgaben. Hier will Ihnen jemand Hallo sagen. Bitte, bitte. Sie wird sterben. Ich werde Sie beobachten. Andauernd. Die Zeit läuft jetzt. Sehen Sie das Mädchen? Nehmen Sie sie mit. Was machst du denn? Ich mache alles, was er von mir verlangt. Sonst bringt er meine Frau um. Das Auto gehört eigentlich mir. Was? Schön, dass Sie sich miteinander angefreundet haben. Sie brauchen Ihre Hilfe, wenn Sie Ihre Frau wieder haben wollen. In der Bank befindet sich ein Paket. Stehen Sie es? Ausgeschlossen. Sie haben keine Wahl. Was soll das alles? Warum du? Weil ich fahren kann. Die sagen mir jetzt sofort, ob es ihr gut geht und wann diese Scheiße hier vorbei ist. Wir fangen gerade erst an. Ich beende das jetzt. Ich werde nicht für dich sterben. Festhalten! Ihnen läuft die Zeit davon. Zuerst kümmere ich mich um eine Frau. Dann um sie. Zuerst kümmere ich mich um eine Frau.